Asthma, COPD oder Lungenentzündungen, Atemwegserkrankungen sind weit verbreitet und haben viele verschiedene Gesichter. Die Beschwerden beeinflussen den Alltag und oftmals auch den Schlaf meiner Patientinnen und Patienten enorm. Sie begleiten sie oft lebenslang, die Therapien sind meist teuer und langwierig. Allein unter Asthma leiden weltweit etwa 330 Millionen Menschen. Aufenthalte am Meer können Betroffene eine erhebliche Linderung ihrer Beschwerden bringen. Der hohe Salz- und Mineralstoffgehalt der Luft wirkt sich positiv auf die Atemwege aus. Die Atemfunktion und das allgemeine Wohlbefinden werden verbessert. Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass Geräte für zu Hause die Therapie mit der Meeresluft simulieren und darüber hinaus die Keimzahl der Luft reduzieren. Die Beschwerden werden gelindert und ein gesunder Alltag mit einem erholsamen Schlaf ist wieder möglich. Als Allergikerin muss ich gerade in der Pollenzeit leider die Fenster schliessen in der Nacht. Dank dem Maremed-Gerät ist die Luft aber am Morgen klar und meine Atemwege sind alle frei. Zu meinen positiven Erfahrungen mit dem Meeresklimagerät sind vor allem Verbesserungen meiner Allergiesymptomatiken und die Verbesserung meiner oberen Atemwege. Seit meiner Kindheit leide ich unter starker Pollenallergie. Linderung bringen lediglich Aufenthalte in den Bergen oder auch am Meer. Die gereinigte Luft im Schlafzimmer bewirkt, dass meine Nasenwege frei sind und dass ich gut atmen kann. Ich habe mir das Maremed gekauft, da ich unter Asthma leide und seitdem ich es benutze, merke ich eine deutliche Verbesserung. Ich habe des öfteren Probleme mit den Bronchien gehabt und habe mich über das Maremed-Gerät informiert und nach kurzer Zeit hat sich eine deutliche Verbesserung eingestellt, vor allen Dingen nachts nach dem Schlafen. Zudem haben wir das Meeresklimagerät auch bei unserer Tochter eingesetzt, da sie unter einer Ateminfektion leidet. Sie hustet dann nachts immer sehr viel. Wir haben das Maremed dann in ihr Kinderzimmer gestellt und seitdem haben wir eine deutliche Verbesserung gespürt. Die Nächte wurden ruhiger, sie hatten einen erholten Schlaf und war am nächsten Morgen gleich viel fitter. Besonders in der Winterzeit konnte ich eine deutliche Verbesserung bei mir feststellen, da durch die trockene Heizungsluft meine Atemwege besonders belastet waren und das ist durch das Meeresklimagerät entsprechend weggefallen. Dank dem Gerät Maremed kann ich gut durchschlafen. Meine Atemwege werden befeuchtet und das Meeresklima empfinde ich als sehr angenehm. Dank dem Einsatz des Maremed von Beuer kann ich während der Nacht komplett auf den Einsatz von Heuschnupfen und Asthmamitteln verzichten. Durch das Maremed bei mir zu Hause konnte ich die Einnahme meiner Medikamente deutlich reduzieren. Das Maremed-Gerät von Beuer wurde mir von Freunden empfohlen. Diese Empfehlung gebe ich gerne meinen Freunden weiter.